Und jetzt das Heute-Journal. Verdammt nochmal, es heißt PET! Mit Gundula Gausel und Klaus Kleber. Guten Abend meine Damen und Herren und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Spezial unseres PET-Journals. In unserer letzten Folge baten wir unsere Zuschauer dringlichst um Hilfe und Hinweise bezüglich dem Verschwinden Leo Marschoss. Dieser gilt immer noch als vermisst. Da das auf YouTube glücklicherweise keine Saujub und jedem egal ist, wo dieser sich befindet, Hauptsache bleibe dort so lange wie möglich, kümmern wir uns im Sinne der YouTube-Niveaulosigkeit um die Recherche arbeiten. Wir haben aufgrund unserer Spekulation, dass sich Leo Marscher in Miami auffällt, die Trovatos auf den Fall angesetzt. Diese lieferten allerdings keine Ergebnisse und kosteten mehr als Bibis Beauty Palace schlucken kann. Und so beschlossen wir ein eigenes Team unserer Redaktion nach Amerika zu schicken. Dieses konnte einen kleinen Laden in der Küstenregion Miamis ausfindig machen, dessen Besitzer das Phantombild von Leo M. ganz klar als einen seiner Kunden identifizieren konnte. Dieser hatte hier vergangene Woche Babypuder, einen Vibrator, Kondome in Extra Small, Kleidgel und eine Kiwi gekauft. Der Filialeiter bestätigte, dass er den Vibrator und die Kondome für eigennützige Zwecke erworben hatte und Babypuder sowie Kleidgel nur gekauft hatte, weil er momentan von seiner Arroganz und Selbstgefälligkeit, kleine Kinder über den Tisch zu ziehen, doch ganz schön hart in den Arsch gefickt wird. Die ungenaue Ortsbeschreibung, welche uns der Verkäufer im folgenden gab, verriet uns nicht im geringsten, wo sich Leo Marscher aufhalten könnte. Doch im Sinne der Handlung trafen wir durch Zufall auf einen hörgeschädigten Passanten, der den Mann auf unserem Phantombild erkannte. Leo Marscher soll ihm vor einigen Tagen eine Deluxebox seines Albums Fame verkauft haben, welche sich der Passant der folgenden anhörte. Auch wenn er kein einziges Wort Deutsch versteht und somit nicht einmal das lyrische Kunstmassaker Leon Ems in vollen Zügen auskosten konnte, so rissen ihm doch beide Trommelfälle und sein Jungfernhäutchen. Das waren soweit die Neuigkeiten zum Fall Marscher. Wir vom Petjournal haben dennoch weiter geforscht und vereinzelte YouTube-Kollegen nach Spekulationen zur Abstinenz unseres YouTube-Stars befragt. Aperet lehnte ein Treffen zuerst ab, doch als wir ihm versprachen, ihm ein neues Paar Schuhe als Aufwandsentschädigung zu spendieren, stimmte er doch zu. Er bestätigte, dass sich Leo Marscher zur Zeit in Miami aufhalten soll und sich dort vorzugsweise in bekannten Rotlicht-Milieus aufhält. Wir haben uns bei besagten Bordels erkundigt, diese behaupten allerdings keinen Leo Marscher zu kennen. Allerdings würde seit einiger Zeit ein dem Phantombild ähnelnder Mann täglich vor dem Schaufenster der Filiale masturbieren. Wir folgern aus diesen Angaben, dass der gesuchte Mann Leo Marscher aufgrund des temporären Misserfolgs auf YouTube auf eine finanzielle Sandbank aufgelaufen sei. Lieber Leo Marscher, du musst doch wissen, dass du sowas auf YouTube sogar für lau bekommst. Des Weiteren befragten wir Rick von den Space Frogs. Dieser behauptete, dass ein Neuzugang seiner Säureminenarbeiter gewisse Similaritäten mit der vermissten Person aufweist. Er behauptete, dass sich dieser bei seinem Bewerbungsgespräch als talentierter Musiker und Kinderschänder ausgegeben hatte, was Rick dazu veranlasste, ihn einzustellen. Leider konnten wir nicht überprüfen, ob es sich bei dieser Person um Leo Marscher handelt, da der Säureminen-Azubi gleich an seinem ersten Arbeitstag von einer Säurelawine erfasst und gedötet wurde. Falls Sie etwas zum Fall Leo Marscher wissen, bitten wir Sie wie immer, dies in die Kommentare zu schreiben. Dies bringt die Ermittlungen, die nebenbei erwähnt, non-existent sind zwar nicht weiter, allerdings mir und meinem Kanal sehr viel und das ist doch auch was Schönes. Wir bedanken uns wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Schweigegeld und hoffen, dass wir Sie nächste Woche wieder mit unterhaltsamen und doch belanglosen Fakten belästigen können und freuen uns auf Feedback in den Kommentaren. PS, du Hurensohn, nur weil du neulich bist, ist keine konstruktive Kritik.